Wir wollen uns nicht messen mit der Bundesliga oder mit Fußball, das müssen wir nicht. Das ist eine andere Sportart. Alles, was ich in Fußball gelernt habe, ist direkt in die Richtung, wie ich mein Leben leben kann. Es gab einige Dinge, die wir sicherlich besser machen würden, wenn es ein anderes Jahr unter unseren Beländen gab. Es ist nur so, wenn man in der Schule geht, hat man vier Jahre, um diese Dinge zu erledigen, aber hier hat man nur eine. Man muss sich alles im Leben verdienen. Ich denke, die wenigsten sind in einer Situation, wo man alles geschenkt kriegen. Die Welt! 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 Wenn wir uns immer auf den Foto-Footballen auf den Foto-Footballen fokussieren, dann haben wir wirklich die Spieler verloren. Ich wollte Leute, die ich wusste, die sie nicht nur als Fußballspieler, sondern als Mann zu entwickeln. Ich würde sagen, dass es in jedem Aspekt meiner Leben hilft. Ich hoffe,, dass derart heuteüber США auch immer auch immer als Fußball ist. Ich würde anakin Nninstehen müssen, dass wir uns Throwback-Footballen sind То-Football Salut pent! Wer gewandelt Herrsland drittos ist. Der Art Seventil ist in einemives PC-Clevel. Untertitelung des ZDF, 2020